Ey, das glaubst du mir nicht. 80 und 94 in 4? Die haben Low, die haben Low, Hardy. Alter, kann der mal aufhören mit seiner Scheißmucke? Was geht, haben wir geilen Schildchen? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit willkommen zurück zur Anfolge Road2Global. Was geht, motherfuckers, ich habe keine Ahnung, was er da am Anfang gesagt hat, aber auf jeden Fall, welcome back. Zu einer neuen Folge von, ne, ich habe eigentlich gar nicht so ein Format, aber wir haben es nach zwei Monaten mal geschafft, mit dem Hardy zu zocken, beziehungsweise hier im ersten Video DuoQ mit Hardy zusammen und drei Randoms, die gewöhnungsbedürftig sind, möchte ich meinen. Also die haben nicht auf Teamcalls gehört, die haben kaum Englisch gesprochen, die haben gemacht, was sie wollten. Der eine spielt auf einmal Musik rein, ihr habt es schon im Pre-Intro gesehen. Also die haben auf jeden Fall gekifft oder sich irgendwelche Pillen eingeschmissen, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir haben es ganz gut überstanden, ihr werdet es sehen. Also die Gegner haben echt ganz gut gedrückt für ihre Ranks und ich smurfe hier übrigens auch mit einem Eagle-Account, weil ihr wisst ja, wie es ist, wenn man mit einem Global-Account online geht, dann kriegt man 5er Pre-Global als Gegnerteam. Das macht keinen Sinn, denn der Hardy möchte sich natürlich verbessern und das schafft er nicht, wenn er gegen Full Global spielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wie ich es schon in meinen CSGO Basics gecallt habe, es ist ein teambasierender Taktik-Shooter, der sehr viel auf Callouts basiert und wenn diese fehlen, könnt ihr in oberen Elos nichts machen. Die T-Mails sind das Wichtigste, Spaß am Spiel, deswegen sucht euch Kumpels, Kollegen, Freunde, mit denen es Bock macht zu daddeln, auch wenn die nicht so gut sind. Glaubt mir, ihr habt mehr Spaß als Solo oder Duo-Cue. Vielleicht sind es auch nur meine Erfahrungen, aber bisher immer irgendwelche besoffenen, bekifften, komischen Leute, die auf nichts hören, kein Englisch sprechen und ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, aber auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Aber der wird kassiert. Ja, lang geht. Hey, long guys. Oh nein, kurz auf. Äh, okay. Was sind... Die Typen sprechen irgendeine komische Sprache, ich hab's nicht ganz verstanden, was sie reden, aber... Ja, ich auch nicht. So, kurz... Okay, bei dir ist... Alter, drück den direkt mal. Oh nein, kurz kommt, kurz kommt einer. Der ist jetzt, der ist jetzt schon Richtung Spot unterwegs. Eieieieiei, das ist aber auch echt ärgerlich. Nein, das war... Okay, das war wirklich dumm. Motherfucker. Ey, diese Typen, du mit. Oder halt alle P. Da ist niemand da, Mister. Ja, Mister, wir sind ja da an Tag. Ja, Mister, ja, Mister. Was reden die? Irgendwas Ungarisches oder sowas. Also, die haben jetzt zehnmal Ja, Mister gesagt. Oh, oh. Schreit, ja, Mister, schreit. Nein, ich weiß nicht. Also, Duo Q ist nichts für mich. Ich kann es hier offiziell auf Hardys Kanal sagen. Jungs, spielt niemals Solo oder Duo Q. Es ist ein teambasierender Taktik-Shooter. Das bedeutet, aber in einer bestimmten Elo kommt es auf Callouts an. Und wenn eure Teams nichts ansagen oder Mister, Mister sagen, könnt ihr damit nichts anfangen. Ich glaube, da werden dir jetzt 90% der Leute in den Kommentaren absolut zustimmen. Okay, also Kurz ist... Äh, wrong guy, long, wrong guy, long. Ich hab, oh, 50 halt. Äh, lang kann es schon kommen. Ja, ich guck, ob da auch... Äh, long, 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 long. Von kurz nicht noch... Wieso reden sie denn nicht mal wenigstens Englisch, ey? Ich kann das nicht nachvollziehen. Okay. Äh, two guys on... Oh, 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 der ist schon einer. Einer sagt, der sagt der Mitte an. Mitte, Mitte kommt auch. Alter! Da waren schon zwei. Wow! Oh, Mann. Also, wenn wir das gewinnen... Das ist übertrieben. Äh, 10.000 Likes auf dem Video, oder? Wenn wir das gewinnen. Ja, Mann. Da will ich aber mindestens 10.000 sehen. Ich kann mir auch wieder die... Wahrscheinlich die Kommentare sind auch... Lord Bieber. Ähm, Global müsste eigentlich mit 500 Frakes aus dem Game gehen. Ah, komm schon, wenigstens den! Jawohl! So. Kurz einen weggemacht. So. Oh Gott, wir sind nur noch zu... Ähm, lang kommen zwei... Two guys long, two guys long. Hardy, zwei lang. Gehen schon durch. Ja, 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 ja. Links Headshot-Regel, ja, ja. Schön, schön, noch einer, komm. Oh, Muck. Warte, warte, warte. Easy, easy. Was? Das ist ja wohl ein Witz! Easy, easy. Da drückt der mir einfach mit seiner Scheißpistole ein, ne. Ey, aber diese Typen... Bei uns im Team haben wieder Kopfschmerzen. Die reden, irgendwas. Vor allem, guck mal, das ist zum Beispiel wieder so eine Szene, kann ich auch mal kurz erklären. Für Beginner, die Bombe ist gelegt, der Typ hat eine AWP, er sollte jetzt safen gehen und er piekt immer noch. Und er trifft halt auch nicht, das ist halt... Ich weiß noch nicht, was er in der Mitte guckt, die sind beide auf A, ich hab beide angesagt und er guckt immer noch Mitte. Er sollte jetzt eigentlich B gehen oder Richtung T-Spawn und safen. Er wird nochmal pieken und er wird down gehen. Oder? Meinst du? Ja, vielleicht nimmt er noch einen... Ah, nee, Mitte kommt jetzt raus, mein Puls. Das hört er noch nicht mal, die Flash. You're gonna die, I think. So, er geht down. Nice! Lol, er hat es überlebt. Oh, war er entgegner? Okay, man. Was the fuck? Ich smoke mal kurz jetzt hier und dann... ...hoff ich mal, dass mir da nicht irgendwie sowas entgegengespringt kommt. Yellow, don't push, yellow. Yellow, don't push und der haut sie weg. Ah, geil. Und noch einen. Ah, okay. Sehr, sehr geil. Der eine hat noch Ulo. Äh, Loid, spiel. Momtry mit. Oh, komm, den... Oh, den hätte der aber haben müssen. Oh, das ist unsere erste Runde, hallo. Ja, der wird, der wird eh lang gehen. Da ist er. Ah, mit fest. Jetzt stirbt... Oh, den hat er nicht. Oh, den hat er nicht. Noll. Oh, ho, ho, ho. Das war gut. Blind und durch die Tür durch. Oh, das hört sich schön nach Alang an. Ey, ich habe schon mal gelegt, aber auch mit den behinderten Waffen, das ist so Wahnsinn. Ja, da ist er, links, 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 links. Ja, ich habe ihn gesehen, habe ihn gesehen. So, weg mit dir. Geh mal die, geh mal die A-W-P. Äh, geh mal die A-W-P. Oh, oh, oh. Hab sie, hab sie, hab sie. Oh, die O, äh. Wer möchte sie denn haben? Ja, ja, ja. Hier. Gib sie mal mir, gib sie mal mir. Warte, ja, aber der Typ steht vor dir, der Haines. Der muss erst kaufen. Ja, jetzt. Not him. Not him, ja, doch, doch. Let's me take the Orc. Push me short. Äh, push mich mal kurz, Hadi. Mein Lieber, dir guckt jetzt, äh, mir gucken jetzt ganz viele Leute zu. Mach es real. Ich kann es nicht real machen, ey. Ach, das ist doch kacke. Ich hatte halt auch keine Flaschen mehr, man. So, und jetzt go. Da sind sie schon. Was war rum? Okay. LOL! Drück die ihm direkt! Nice! Noch einer, noch einer, noch einer. Schön, schön, schön. Ja, den hab ich. Ich folge dir. Oh! Ui, ui, ui. Die Drecksau. Das ist halt immer noch stilles Gras. Nach einer Minute. Ja, da ist der nächste. Da ist der nächste. Schön, noch einer, noch einer, noch einer. Der Big Box direkt unter den. Ja, 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 ja. Direkt unter den, glaube ich. Hadi, hinter dir legen. Ja, 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 der ist... Hinter dir legen, ja? Hinter mir, nein! Under you, under you. Der ist doch da gewesen. Da war der. Da war der. Ich hab ihn doch, ich wusste es. Ich war voll weird, Mann. Ey, das, ey, das glaubst du mir nicht. 80 und 94 in 4? Die haben Low, die haben Low, Hadi. Alter, kann der mal aufhören mit so einer Scheiß-Mucke? Was ist denn das? Alter, was für ein Wichser. Ich werde jetzt erstmal... Ich musste den jetzt auch mal blocken. Das ist ja... Ey, es gibt nur besoffene und zugekiffte Spastis im MM. Der Global hat 12... Ja, nee, das ist ja kein Carry. Normalerweise müsste ich 30 Frakes haben, so. Dann wär's okay. Aber ich kann's leider nicht machen, wenn du halt mit so besoffenen, vollgekifften... Leuten spielst, ja. Das geht nicht. Oh, da kommt Short Pass. Ja, ich smoke mal Short nicht. Alter, wie er mir auch... Kommt er durch? Ja, das ist einer. Einer Short mit AK ist jetzt so fort. Er trifft jetzt... Ja. Okay, er ist full. Ey, das ist der Hammer. Guck dir das Aiming an. Das Aiming aus der Drehung raus. Drückte ihm den Handy rein. Aber ich wusste auch gar nicht, dass er durch ist. Ich hab keinen Step gehört gerade. Oder what the fuck. Ja, wir haben halt The Amazing Massacre, der 1,9 hat und AWP spielt. Oder jetzt M4 und... Ja, ich... Aber ich glaub' grad, das Spiel im Prinzip noch nicht ganz verstanden. Mit der Bombe liegen und Bombe die Füße und so. Ich hab' das Gefühl, der versteht das einfach nicht. Nee, 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 nee. Du musst da an die Kante werfen von dem... Ach, klar, aber da ist schon einer. Noch einer. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, den einen hab' ich runtergedamaged. Hahaha. Oh nein, kurz, Awe. Steht an den... Steht, guckt schon. Ja, ich seh'n. Ja, ich seh'n. Oh Mann, wie der mich einfach direkt weggehauen hat. Okay, dann gucken wir mal, was du jetzt daraus machst. One B. Boah. Hahaha, geil. Komm schon, mach ihn. Oh, er macht ihn. Hahaha, geil. Ja, die Farmers, die ist halt, auf Long Range ist sie nicht so gut, aber ich find halt, äh, auf Close Distance hier zum Beispiel, auf Short ist sie halt hammergeil, weil die halt so'n geilen Spread hat. Okay, äh, oh. Guck mal, hier, kleiner Trick. Oh, nice, schön gemacht. Schön gemacht. Guck mal, das zum Beispiel spiele ich immer, da hast du hier so'ne Kante und die können dich noch nicht von lang, äh, von hier abräumen. Ja, die liegt ein bisschen scheiße, normalerweise poppt die hier und dann kannst du dich hier hinstellen, kannst unten Cutters reinschauen, ja? Ja. Ob da was kommt. Da kommt jetzt auch gleich was. Moment. Alon. Was ist der letzte? Wallbang? Hardy? Zähl mal ab. Ja, drei. Oh, da war er! Da war er! Scheiße, das war zu schnell. Der hat sich, hat der eine sich von dem echt noch wechseln. Der hat zwei Headshots noch geholt. Ja, vor allem, der hittet den noch nicht mal an. Ja, schöne erste Hälfte, nicht. Ja, ähm, wir schieben das mal gekonnt auf die, ja gut, aber diesmal kann man jetzt echt mal ein bisschen auf die Teammates schieben, ja? Ja, das, das, das zum Schauen. Ich meine, ich bin jetzt mit 7, 14 hier auch nicht der, äh, ne, musst du ja auch gar nicht, musst du ja auch gar nicht, für deinen Rank ist das völlig in Ordnung und ich hab zu schlecht gespielt für deinen Rank, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Teamspiel und wenn du halt komische Leute hast. Das ist halt wie Musik in meinen Ohren. Aber das ist halt zum Beispiel auch sowas, was halt voll kacke ist, da gebe ich dir zum Beispiel vollkommen recht, äh, was Matchmaking angeht, so Solo-Cue oder so. Die rennen halt alle kreuz und quer hier mit der Bombe durchs, ne? Ja, zum Beispiel ist hier als Terror, äh, hat auch keiner eine andere, ne? Lol. Ich hab einen Jumpshot gekriegt. Oh! Hahaha, geil, Alter. Oh, geil, direkt weggehauen hier. Äh, jetzt bräuchte ich eigentlich eine Smoke für CT, ich hab aber keine, hab kein Geld. Von hinten! Von hinten! Behind! Juh! Nein! Ich hab... Nein! Nein! Hahaha, diese Drecksau. Ja, das ist unlucky. Nice. Das ist ja unglaublich. Ach, komm schon, den hole ich jetzt mal. Bam! So. Boah, okay, der geht short. Oh, ist der Double Doors, kommt was raus, der ist weg. Okay. B is clear. Oh, man, I'm coming. Oh, man. Oh, man, you got this, guys. Okay, so, hier. Sehr gut. Er steht am T. T-spawn, T-spawn, guys. Guck mal, ich sag T-spawn. Guck, 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 guck. Hadi, das musst du zeigen. Ich sag T-spawn, guck mal, wo der hinguckt. Guck mal, wo der hinguckt, der Typ. Siehst du das? T-spawn. Der ist so stoned. Alter, der ist so crushed. Guck mal, guck mal, guck mal, was er macht. Der guckt die ganze Zeit da oben rein. Weißt du, der Typ ist safe T-spawn. Der kommt über Cutters oder steht einfach T-spawn und saft die AWP. Er, saft sogar. Hadi, du kannst eigentlich weggehen. Und ich würde dir nicht empfehlen über T-spawn, weil der aimt da ab. Geh, einfach zittil. Messer in die Hand, zittil. Weißt du, und er guckt immer noch Fenster. Ey, guck mal, guck mal, du bist raus. Ja, und er steht immer noch. Jetzt kommt er. Hadi, dann ist einfach Du-Q mit bekifften Dudes. Ja, Mann. Ja, der ist das B. Komm, ey, Geist. Oh, warte. Oh, wie er sich trotzdem holt. Nice. Das sind auch so Sachen, da musst du immer drauf achten. Wenn du zum Beispiel, also wenn du halt siehst, musst du halt immer beobachten, wo deine Teammates halt die Gegner wegholen. Und wenn du halt merkst, zum Beispiel, A wurden gerade zwei weggeholt und A deckst du halt mit zwei, drei Leuten, dann gehst du halt eher A. Weil B waren halt zum Beispiel zwei. Einer rotate dann über Mitte. Und dann gibt man halt direkt A. Und dann hat man das auch safe eigentlich. Na ja, warte mal, ich hab ne Small für uns kurz. Ja. Ah, einer steht Headshot schräge. Down. Ich guck mal, ich guck mal, das war hinten. Komm. Da ist noch einer lang. Hau, du. Ja, komme. I need it. Gucke, warte, warte. Oh. Ja, weg. Wunderbar, ja. Weg ist er. Easy, easy. Letzter Spielspieler. Ah, der kommt. Äh. Okay. Da ist er. Ey, ich wusste es. Ich wusste es, dass er da rumkämpft, der Idiot. Ja, da gewartet. Was, kriegen wir 10.000 Likes für ein Win? Ja, Mann. Ja, also da. Wir haben am Anfang gesagt, also das ist ja wohl Pflicht, ey. Ich, ich, ich. Gut. Oh, obenloch, obenloch, obenloch. Was? Kleine Drecksau. Okay, es gibt noch drei. Oh, wie er zwischendig einfach mal so ein paar Shots absetzt. Oh, last two minutes. One window, one window, one door. One window, one door. Nice. Oh, wie er 360 machen wollte. Was ist denn? Ey, aber der wäre sogar reingegangen, aber der kam nicht vor. Das ist das Problem. Die Fläche war eigentlich, fuck. LOL, was? Hast du den einfach geleben? Ja, das nur. Ja, weil das Ding ist, die sind schon rotated zu B. Jetzt haben wir hier einen Vorteil. Oh, wie er da steht. Ich wusste es. Oh, nein. Und ich hab's nicht schnell genug gerafft. Flowing Flashback. Nein, verschossen. Ja, der Heines macht mich aber auch aggressiv, dass er nicht auf eine Sache hört. Ja, das ist aber echt so. Okay, run to B, run B, run B, run B, run B. Twenty seconds, go. Ey. You have a hundred HP, man. Why the f***? Ten seconds. Nice. Man, my n***a MJ got this, boys. My n***a MJ got this. F*** y'all. Oh, sie haben mich gemrushed. Oh, das war... Oh, scheiße. Dafür kriege ich richtig Flame. Dafür kriege ich Flame. Don't let him take off. Don't let him take off. Scheiße. Ach, Mann, Alter. Aber ich verstehe das auch nicht. Die M zu zweit, Mitte, runter und die grafen das nicht. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Okay. Der geht weh und raus. Ich... Krass. Krass. Und der krieg... Hast du grad gesehen, der Typ steht nimmer. Ja, ja. Ja, ja, aber da oben ist auch noch... Das gibt's doch nicht. Loll, es geht's right. Nee, doch nicht. Komm schon. Ja, den hast du. Schön. Ja. Nein. Tunnels. Tunnels. Was macht der Typ am T-Spawn? Hä? Wir waren schon komplett... Vor allen Dingen haben wir... Ey. Vor allen Dingen haben wir Tunnels gesagt und der rennt trotzdem dann einfach dran vorbei. Er steht da mal rein zu gucken oder so. Und am besten nicht stehen bleiben. Einfach Gasen. Ich hab da noch eine City Smoke. Wow. Oh. Oh, sch... Oh, next level. Ey, guck mal, Hadi. Du kannst hier theoretisch da... Von hinten. Nice. Nein. Ist aber noch einer. Noch einer. Hahahaha. Nix, ey. Oh, man. Scheiße. Boah, ja, Halsball. Alter, Hermannio, ey. Hat er nicht grad Alor gesagt? Ach du... Ich hab keine Ahnung. Kommunikation blockieren. Ja, machst du nix, ey. Was haben wir denn? 17, 23, du hast 29, 23. Ja, gut gespielt. Haben wir nix gerissen. Fand ich aber trotzdem war eine unterhaltsame Runde, auch wenn wir verloren haben. Man kann nicht immer... Hadi, ihr habt gegen Double AK verloren mit nem Glowbill. Ja, genau. Erstmal. Nein. Nein, so schlimm werden die Kommentare nicht. Das Ding, Donald, der Hardy. Yo. Auf jeden Fall die Abmoderation hier nochmal nachvertrunt von mir. Es hat auf jeden Fall gebockt. Mit Hadi wird in Zukunft, wie gesagt, öfters mal was kommen. Es gibt aber keine feste Serie dafür. Es wird immer zwischendurch mal einfach ein random Matchmaking-Highlight vielleicht mit Hadi kommen. Oder mit uns zusammen. Oder wie auch immer. Die nächste Folge ist ja schon sozusagen im Kasten. Muss noch geschnitten werden. Und die kommt dann auch die Woche oder nächste Woche. Wie auch. Keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Und dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Und vor allem vergesst, ihr Zuhörer. MLG. MLG. ALARM. ALARM. Oh mein Gott. Airplanned. You know how? Läuft. Jungs, 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 Jungs. Lasst nicht. Wo, wo. Tunic, Tunic. Nein, du dummer Winkler, man.